Du rufst jetzt die Polizei an. Sofort! Ja, ja, die sind ja gleich um die Ecke. Hallo? Ist da die Polizei? Hier spricht Erwin Wildner. Rheinstraße 25. Kommen Sie bitte sofort. Drängend. Nästliche Ruhestörung. Nästliche Ruhestörung. Es klingt gefährlich. Die Marx kann ihre Lustorgien ausleben, wo sie will. Aber nicht in diesem Haus. Ich gehe jetzt raus. Frau Marx! Frau Marx, machen Sie sofort die Tür auf. Ich weiß, dass Sie drinnen sind. Frau Marx, Ruhe jetzt. Machen Sie auf. Auf, Marfen. Hier spricht die Polizei.